damit herzlich willkommen zurück liebe leute 15 karriere modus nach dem letzten 0 zu 0 gegen cottbus ist heute wieder 3 wäre schön wie immer knabry sitzt man so ein bisschen platt dafür kommt mal der rein noch mal von anfang an jetzt tun einmal von anfang an klingmann und mauerstberger von anfang an so jetzt haben wir mal auf die frische geachtet so könnte auch in die kommentare schreiben hat gut gemacht oder allgemein mal kommentare schreiben oder dem video mal daumen nach oben geben wenn es euch gefällt bis hierhin habe ich schließlich noch keine fehler gemacht okay rein geht's in die partie genug gescherzt tabelle wir sind immer noch platz 7 nämlich an wie immer natürlich 47 punkte da oben der drittplatzierte hat 49 punkte also zwei punkte fehlen uns da aber immer wenn wir punkte holen holen die da oben auch punkte und wenn wir punkte lassen weil die auch punkte zu lassen also ist hier irgendwie alter wie der den weg ja klar brückner hier die pace rube kennt doch jeder der brückner alter ist der pacer vermehrt auch brand dann lauf doch einfach das mal hat herz das ist ein super extremer talent links verteidiger sehr talentiert gewesen nein dann spiel ihn doch nach unten denn jetzt läuft er nicht mehr gegen hart herz mann 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 zum kotzen die kriegt auch in 100 jahren nicht hin sich früh vom ball zu trennen kommen schon gegen die pace rube brückner lassen wir uns beide so leicht ausspielen hätte ein gegentor verdient gehabt na wie das ecke geben kann ist mir andererseits auch ein rätsel das kannst du wieder nicht verteidigen schließlich kopfballstark oder so zack trick 17 geht doch zum ballmann ich bin gleich recht sauer alter wir haben den ball schon stark von mutter wäre der sichere tödliche ball gewesen noch mal stark von mutter flanke kam richtig gut von brand hinten auch verdammt offen warum auch immer abseits da war nicht damit brand den ball hier stehen bald wieder weg schenkt auch dann lauf doch da vorne hast du kein bock oder was gibt's doch nicht lauf 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 anny bei denen klappt alles grusel sechs mal ohne gegentor und wie hier mit 14 mal ohne gegentor nie einer für den scheiß zweiten ball da kriegst du nicht gestoppt enger sander es gibt doch mal den ball her junge ihr könnt damit eh nichts anfangen gut so kein toll ja dann schenkst du mir den ball halt aber dann laufen alle weg musste tempo aufnehmen war ja nichts anspiegler immer noch nicht wollt ihr nicht oder wird es hier los seid ihr zu groß oder woran liegt es gerade das man tut schon mal wieder nach vorne gehen damit wenigstens ein haben der wird kann dann geht es mal hier mal nach außen die behindern sich gegenseitig und dann war dran wäre drin gewesen mutter stark hier in der bald wieder gewinnung nochmals zu nah nie mit einer flanke vielleicht durchgesetzt flanke kommt ich schade trotzdem zwei gute aktion hey enger rand da und dann kriegst du hier wieder keine angewählt aufpassen drück mal der pacer und genau ja es ist gefährlich aber es gibt ja nicht auch man nicht mal der ball kommt an das ist doch nicht euer ernst hallo will da mal vielleicht einer hin das heißt jetzt er war klar fixe was ist los dass zum saisonende alle tot sind selke mit dem krimi haben wir da nichts gewissen wenn du schon mal ein bisschen fitter wäre jetzt muss man mit brand durchspielen das kann wut ansprachen vor programmiert wäre nett gewesen wenn er den so spielt wie ich den haben will in den sturm da geht einer da geht einer da geht einer natürlich ist hart der herz vor dem anball warum auch nicht schön von jabu ey faul ach schiri ich bin jetzt voll auf die eier junge geht auch noch weiter weg von dem boom so geht der trick also schon mal nicht alter geht doch noch ein kilometer vom stürmer weg dahinten ey jetzt hängt natürlich fifa wieder weil es merkt ich könnte hier was reißen da war der peter ist raus wahnsinn Du schickst mir in die Hölle. Hölle, hölle, hölle. Bleib immer am Ball. Du kannst machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst. Kretsch das Schwein doch mal rum. Ja klar, schieß ja noch mal aus 100 Metern Entfernung. Vollpfosten. Verlängern. Nichts kriegt der Geschissen, der Welke. Nein, du sollst in den Sturm diese Bälle spielen. Ist denn das so schwer? Ja, und da gewinnt man natürlich nicht den Kopfball. Warum sollten wir auch den Kopfball gewinnen? Das wäre total uncool. Schön vom Brand. Und jetzt mach jetzt Selke. Mann, du bist so schon an die Bälle. Dann nimm da rein. Wie viele Chancen braucht der Typ? Läuft sich da super frei. Besser kann man es nicht machen. Und so schlecht ist der doch im Kopfball auch nicht. Katschunga, der nächste Ex-Hertaner. Erste Aufwechslung. Da sind immer Herr Tarner bei hier. Immer Herr Tarner bei. FIFA will mich doch hart rollen. Das merkt man daran doch. Da unten frei. Jawohl, Brand. Na, der braucht so lange, bis er sich dreht. Das ist nicht mehr feierlich. Foul da an Brand. Das ist der größte Lappen nach Tadabon, Mann. Stark zum Klingmann. Schwach zum Klingmann. Zack, weg mit dir. Sag mal. Gibt es doch nicht, ey. Was ist denn das für ein lappenhafter Schiri? Komm, der kommt eh lang hier rein. Ah. Natürlich bleibt der am Ball, ey. Der weiß ja noch selber nicht mal, warum er am Ball bleibt. 83. Ein Angriff ist noch. Ach, dann läuft der wieder nicht. Segu bist der. Alter. Mist. 0-0. Tja, machst du nix. Außer hier weit weg stehen. Das war doch bei weitem kein Foul, ey. Jetzt reicht es doch echt. Wenn der jetzt reingeht, dann weiß der Bescheid. Der Schiri wollte unbedingt, dass wir verlieren. Boah, Alter. Jetzt hätte ich sie angekündigt, hä? So, und was? Ecke für was denn? Da war doch keiner mehr dran. Alter, der will ich, dass wir verlieren. Hallo, Urlishausen. Hätten auch gefehlt, dass er jetzt Meter pfeift und jetzt pfeift er ab, ne? Das ist so durchschaubar. FIFA kotzt mich manchmal so an. Da war doch der Torwart auch dran, oder? Ja, klar war der da dran. Oh, komm schon. Bitte, bitte. Oh, zuck. Mann. Gibt's doch nicht. Alles zu wenig. Mann. Fressenbesen. Als nächstes gegen den FC. Mann, wir spielen ja nicht so schlecht, aber wir holen die Punkte einfach nicht. Das ist zum Heulen. Und ich sage danke für's Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Bad gegen Köln wieder. Wenn euch der diesige, oder wie man auch immer nennt, Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein paar nette Kommentare, vielleicht auch mit Verbesserungsvorschlägen, was noch besser geht, wo man noch mehr rausholen kann. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da wieder ein bisschen Aktivität oder überhaupt mal Aktivität in die Kommentare kommt, dafür sind wir ja da. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, klickt ihr hier im Auto rechts oben einfach auf mein Avatar und dann könnt ihr kostenlosen Abo dalassen und werdet immer informiert, wenn ich die neue Videos nach oben lade. In diesem Sinne, danke für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.